Heute zeige ich euch ein Rezept für super saftige, total einfache Möhrenmuffins. Dafür braucht ihr bloß Zucker, frisch geriebene Möhren, Öl, Mehl, Backpulver und Zimt und dann Eich. Als allererstes solltet ihr schon mal euren Ofen vorheizen, weil der Teig nämlich ganz fix zusammengerührt ist. Ihr braucht bloß Zucker, Öl und das eine Ei in die Schale tun und erst mal vermixen. Danach kommen schon die Möhren dazu. Ebenfalls kurz mixen. So, unser Teig ist schon fertig. Schusseligerweise habe ich eben die Kamera nicht angemacht. Ich habe natürlich Mehl, Backpulver und Zimt auch dazu gegeben und dann nochmal durchgerührt. Ja, und so sieht der Teig dann aus. Der ist ziemlich flüssig. Und jetzt kann er schon in die Förmchen gegeben werden. So, und wie ihr seht, ist dieses Rezept für eine Sechser-Muffinform ausgelegt. Weil man muss ja nicht immer gleich zwölf machen. Wenn ihr euren Teig dann gleichmäßig eingefüllt habt, kommen die Muffins in den Ofen. Und da brauchen sie ungefähr 20 Minuten. So, jetzt sind es 20 Minuten um. Die sehen schon super lecker goldbraun aus. Jetzt prüfen wir erstmal, ob die denn auch innen schon durch sind. Ich würde sagen, ja. Weil, haftet nichts mehr am Stäbchen. Wenn das Stäbchen sauber ist, dann ist der Kuchen meistens auch durch. Jetzt lassen wir sie noch ein paar Minuten in der Form auskühlen. Und dann können wir sie gleich rausnehmen. So, die sind jetzt schon leicht abgekühlt. Da möchte ich euch natürlich auch das Innere nicht vorenthalten. Also die sind wirklich super weich. Und super saftig. Und wie gesagt, die sind ganz frisch. Die kleben noch so ein bisschen an dem Papier. Schneiden wir es einmal durch. Und dann sind sie auch sehr knusprig obendrauf. So. Und die sind wirklich total lecker. Und die sind morgen auch noch weich, weil man hier halt keine Butter benutzt hat, sondern Öl. Und das heißt, die sind morgen noch genauso weich wie heute. Sehr, sehr lecker. Na dann, guten Appetit. Und viel Spaß beim Nachmachen. Auf geht's. Und dann, geht's. Gleصل, leveln. Also, wir sind da mit dakikäb touche. Und dann, wenn wir dann cages, können wir ein Bauch mitEO happenedern. Und dann haben wir uns an diese großen Bretond abgefangen können. Und dann geht's. Das verste serve just Petersburg.